Für viele Männer ist Daniela Katzenberger eine echte Traumfrau. Doch genau das wurde ihr und einem Mann nun zum Verhängnis. Daniela Katzenberger – heimliche Liebesnachrichten an einen Fremden? Rote Herzen, Liebesschwüre und sogar der Wunsch nach einem gemeinsamen Baby. Über ein Jahr lang bekam der 74-jährige Amerikaner Isa Jach Fotos von Daniela Katzenberger, 36, inklusive romantischer Nachrichten. Sie sagte mir, dass sie mich liebt, dass sie mit mir zusammen sein möchte. Sie sagte mir, dass sie mich heiraten will. Offenbart er. Als er bei Facebook die Freundschaftsanfrage der Blondine sah, sei es sofort um ihn geschehen gewesen. Sie hat hübsche Augen. Eine hübsche Nase und sehr hübsche Lippen. Sie ist eine hübsche Dame. Sie ist wohl geformt. Sie ist einfach wunderschön. Schwärmt er weiter. Zu schön, um wahr zu sein. Und genau das war es auch. Katzenberger Masche erleichterte Opfer um mehrere tausend Dollar. Der vierfach geschiedene US-Amerikaner und die deutsche TV-Bekanntheit wurden Teil einer miesen Betrugsmasche. Eine fremde Person nutzte die Fotos von Daniela Katzenberger, um den Mann auszunehmen. Dabei war sich die Person für nichts zu schade, wie das Video auf dem YouTube-Account namens. Katfischt, zeigt. So habe Bella Nora morgen, wie sich der Mensch hinter dem falschen Katzenberger Profil nannte. Mehrere tausend Euro von ihrem Opfer erbeutet. Dies sei mit dreistelligen Beträgen los und danach immer weitergegangen. Ich habe ihr ein tausend Dollar für ein Flugticket geschickt, verrät Isayach beispielsweise. Doch Daniela, alias Bella Nora, erschien nicht. Dafür aber eine erschreckende Nachricht. Sie sagte, als sie am Flughafen in Texas ankam, hätten sie ihre Taschen beschlagnahmt, einige Pillen darin gefunden und sie verhaftet. Um ihr während ihrer Zeit im Gefängnis zu helfen, habe er besorgt weiteres Geld an sie geschickt. Dabei war er fest davon überzeugt, dass er alles zurückbekommen würde. Denn Bella hatte ihm zuvor ein großes Erbe in Aussicht gestellt, dass sie im Falle einer Hochzeit bekommen würde. Glaubst du, dass sich Daniela Katzenberger zu dem Kettfisch äußern wird? Blutschwur mit Daniela Katzenberger Betrügerin. Um ihm zu beweisen, wie ernst es ihr damit war, habe sie ihm nicht nur gefälschte Dokumente, sondern auch ein Foto von einem blutig gepieksten Finger geschickt. Sie sagte, wir werden einen Blutschwur leisten, um die Beziehung für jetzt und für die Ewigkeit aufrechtzuerhalten, so Isaiach. Umso härter traf es ihn dann. Als ihn das Kettfisch-Team über Daniela Katzenberger aufklärte und er im Zuge dessen auch ein Foto von ihrem Mann Lukas Cordalis, 56, zu Gesicht bekam. Ich meine, es tut einfach weh. Es schmerzt. Gesteht er traurig. Er habe sich genau vor so einer Enthüllung gefürchtet. Ein Gefühl, das auch Daniela jetzt überkommen dürfte. Immerhin wurde sie in der Vergangenheit schon einmal fälschlicherweise für Diätwerbung benutzt und erklärte damals verzweifelt. Leute, langsam qualmt mir echt der Schädel. Bitte glaubt das nicht.